Die Gnade zur Veränderung Kapitel 18 Betrachtung des Herzens Um den Menschen und seine Bedürfnisse völlig zu verstehen, muss man das Herz des Menschen verstehen. Jede bleibende Veränderung, ob gut oder schlecht, ist das Ergebnis von etwas, das im Herzen vor sich geht. Was auch immer wir in unserem Herzen glauben, bestimmt all das, was in unserem Leben sich ereignet. Man mag sich vielleicht momentan über das Niveau des Herzens erheben oder darunter sinken, doch wir kehren immer zu dem zurück, was wir in unserem Herzen glauben. Dein heutiges Leben ist kein Ergebnis dessen, was du tust. Es ist ein Ergebnis dessen, was du glaubst. Aus diesem Grund ist der Versuch, Veränderung dadurch zu bewirken, dass du deine Handlungen veränderst, mit dem Versuch vergleichbar, dem Wind mit einem Ventilator eine neue Richtung zu geben. Wenn du an der richtigen Stelle stehst, kommt es dir so vor, als würde es funktionieren. Doch das ist nur eine Illusion. Nur zur Klarstellung. Du sollst wissen, dass ich dich in Bezug auf die Veränderung deines Verhaltens nicht entmutigen will. Es ist bewundernswert und verantwortungsvoll, wenn eine Person Selbstkontrolle ausübt. Doch muss man zuerst begreifen, dass dies keine wahre, andauernde Veränderung bewirkt und darin besteht auch nicht deine Gerechtigkeit. Das gute Gefühl, das du hinsichtlich dieser Veränderung hast, die du zustande bringst, ist nicht viel mehr als Selbstgerechtigkeit. Du fühlst dich gut, weil du Gutes tust. Doch dieses Gefühl wird verschwinden, wenn du aufhörst, Gutes zu tun. Glaubensgerechtigkeit bleibt jedoch, ungeachtet deines Verhaltens. Echter biblischer Glaube wird stets unsere Beweggründe beeinflussen und sie aufdecken. Solange die Angst vor Strafe gegenwärtig ist, weisst du nie, was deine Beweggründe sind. Doch freie Wahl, Befreiung von den Folgen wird stets unser Herz aufdecken. Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Hebräer 4, Vers 12 Wenn eine Person erstmals Glaubensgerechtigkeit und das Evangelium des Friedens, Jesaja 54, Vers 9-10, entdeckt, ist sie oft darüber erstaunt, was in ihrem Leben an die Oberfläche kommt. Sobald du die Androhung von Strafe beseitigst, wird das Herz eines Menschen offenbar. Nicht diese Botschaft ist es, die eine Person veranlasst zu sündigen. Die Sünde befindet sich bereits in ihrem Herzen. Diese Botschaft wird jedoch aufdecken, was in ihrem Herzen ist. Zum ersten Mal in ihrem Leben beginnen Menschen zu entdecken, warum sie so zu kämpfen hatten. Sie finden schliesslich heraus, dass Gott sie nicht im Stich gelassen hat und dass das Wort wahr ist und wirkt. Der Schleier von ihrem Herzen wird erstmals gehoben, Doch dies geschieht nur dann, wenn die Androhung von Strafe beseitigt ist. Lass uns nun etwas gründlicher das Aufdecken deiner Herzensmotive ansehen. Aufgrund falscher Lehren neigen Gläubige dazu, eine falsche Vorstellung von Sünde und von Gott zu haben. Wir neigen dazu, all jene Dinge als Sünde anzusehen, die vergnüglich jedoch verboten sind. In seiner Forschung fand Tony Robbins heraus, dass Menschen alles Mögliche, wozu sie fähig sind, tun werden, um Schmerzen zu vermeiden und Vergnügen zu erleben. Obwohl ich nicht vorgebe zu wissen, was Mr. Robbins glaubt, erkenne ich, dass er eine biblische Wahrheit herausgefunden hat. Gott schuf den Menschen und setzte ihn in einen Garten, genannt Paradies. Das klingt wie ein sehr ergützliches Erlebnis. Alle Bedürfnisse des Menschen wurden befriedigt. Es gab keinen Mangel, kein Leiden, keinen Schmerz. Weil der Mensch der Integrität Gottes nicht vertraute, nahm er Dinge selbst in die Hand. Jedes Leid, das seit dem Garten Eden sich ereignet hat, bekam durch falsche Glaubensüberzeugungen und durch falsches Verhalten des Menschen zutritt. Doch wir sind davon überzeugt, dass all unser Schmerz Gottes Art und Weise sei, mit uns umzugehen. In Galater 3, Vers 13 sagt Paulus, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes freigekauft, indem er für uns zum Fluch geworden ist. Denn es steht in der Schrift, verflucht ist jeder, der am Pfahl hängt. Gott wollte nicht, dass der Mensch in Schmerzen und Leid verbleibt. Und deshalb ließ er Jesus für uns alle Schmerzen erfahren. Gott hat niemals beabsichtigt, dass wir in Schmerz und Leid leben sollten. Wir wurden geschaffen, um in Freude über die gänzliche Versorgung und in einer vollkommen sicheren Beziehung mit Gott zu leben. Doch das durchschnittliche christliche Glaubenssystem verleugnet diese Wahrheit vollkommen. Wir sehen die Sünde nicht als zerstörerisch und schmerzhaft an. Wir sehen sie als eine Liste all der vergnüglichen Dinge an, die Gott uns nicht zu tun erlauben will. Ein gottgefälliges Leben betrachten wir als langweilig, nicht erfüllend, einschränkend und schmerzhaft. Deshalb streben wir gewöhnlich zur Sünde zurück. Wenn wir unter Stress geraten oder wenn Mühsal, Not oder Schwierigkeiten in unser Leben kommen, fangen wir an, etwas Vergnügliches zu begehren. Weil wir in unserem Herzen glauben, dass die Sünde etwas Vergnügliches sei, streben wir nach der Sünde anstatt nach Gott. Wenn dann der Schmerz und die Zerstörung der Sünde sich in unserem Leben auszuwirken beginnen, meinen wir, dass Gott uns diesen Schmerz schickt, um uns wieder zur Ordnung zurückzurufen. Mit einem derartigen Glaubenssystem wirst du die Sünde niemals überwinden. Überdenke dein Leben. Denk an all die Dinge, die du aufhörtest zu tun, nachdem du ein Gläubiger wurdest. Mach von all jenen Dingen eine Liste und schreibe neben jede Sache, warum du aufgehört hast, diese zu tun. Denke das wirklich durch. Hörtest du auf, diese Dinge zu tun, weil du erkanntest, dass sie zerstörerisch sind, weil sie Schmerz und Leid brachten, weil sie die Quelle des Schmerzes in deinem Leben waren? Oder hast du mit jenen Dingen aufgehört, weil du dachtest, dass dies notwendig sei, um von Gott angenommen zu werden? Hörtest du mit jenen Dingen auf, weil du dachtest, Gott würde dich sonst bestrafen? Wenn du mit irgendetwas aus Angst aufhörtest und du diese Motivation nie geändert hast, ringst du noch immer mit dieser Sünde. Du wirst jene Überzeugungen und Handlungen niemals völlig aufgeben können, bis du erkennst, dass unkorrekte Glaubensüberzeugungen und sündige Handlungen die Quelle jedes Schmerzes in deinem Leben sind. Wenn Sünde für dich das Vergnügen ist, das du aufzugeben hast, du dies aber eigentlich nicht tun willst, wenn Gott und sein Wort dir den Schmerz bereiten, den du brauchst, um die Hölle zu vermeiden, du jedoch nicht wirklich gefallen daran hast, dann wirst du für immer ringen. Wenn du die Botschaft über den Frieden mit Gott hörst, wirst du dem, was wirklich in deinem Herzen ist, erlauben, an die Oberfläche zu kommen. Die Sünde, die in deinem Herzen ist, wird sichtbar werden, wenn die Angst beseitigt ist. Du wirst herausfinden, dass du nicht gedient, gegeben oder dich geändert hast, weil du in einer wunderbaren Beziehung mit einem guten Gott lebst, sondern weil du vor einem zornigen Gott Angst hast. Obwohl es ein wenig entmutigend ist, dies zu entdecken, ist es doch ein erster Schritt zum wahren Sieg. Viele Male kommen Menschen zu mir und sagen, Jim, diese Botschaft funktioniert nicht. Ich frage dann immer nach, was bringt dich dazu, so zu denken? Sie antworten für gewöhnlich, na ja, ich gebe den Zehnten nicht mehr in dem Ausmass, wie ich es früher tat, und ich stelle bei mir fest, dass ich zu vielen Dingen, die ich vorher tat, keine Lust mehr habe. Ich gehe nicht mehr so oft in die Kirche, ich bete nicht mehr so oft und so weiter. Ich antworte dann immer darauf, für mich klingt es so, als ob die Botschaft wirken würde. Natürlich zeigen sie sich über meine Antwort immer empört. Dann fange ich an, sie darüber zu befragen, warum sie früher all jene Dinge taten. Ich bekam stets die Antwort wie, Ich habe gegeben, weil ich Angst hatte, dass ich unter den Fluch kommen würde, wenn ich es nicht getan hätte. Ich betete, weil ich glaubte, dass ich Gottes Schutz nicht hätte, wenn ich es nicht täte. Ich war regelmässig in der Kirche, damit der Pastor denken würde, dass ich treu sei. Wenn Angst beseitigt ist, werden die wahren Gefühle aufgedeckt, die hinter dem stehen, was eine Person veranlasst, etwas zu tun oder nicht zu tun. Das Schöne kommt dann, wenn eine Person zum ersten Mal verstehen kann, weshalb sie mit sündigen Gedanken und sündigem Verhalten ringt. Es ist so befreiend zu wissen, dass Gott dich nicht im Stich gelassen hat. Du findest heraus, dass du kein total schwacher Versager bist. Du entdeckst, dass du nur dem gemäss gelebt hast, was in deinem Herzen war. Veränderungen herbeizuführen ist nicht so schwierig, wie es aussehen mag. Es geht einfach um Bekehrung. Erinnere dich, das Wort Bekehrung bedeutet wörtlich eine Änderung der Denkweise. Das, wovon du dein Denken abwindest, ist nicht annähernd so wichtig, als das, worauf du dein Denken neu ausrichtest. Bekehrung hat damit zu tun, was du zu glauben beginnst, nicht was du aufhörst zu tun. Tun wird durch Glauben gesteuert. Wenn du dein Glauben änderst, wird sich dein Tun mühelos verändern. Fang damit an, die Tatsache anzuerkennen, dass du in Jesus gerecht bist. Denk darüber nach, sprich es laut aus, erinnere dich selbst regelmässig daran. Weil du durch Jesus gerecht bist, darfst du entgegennehmen, dass Gott dich liebt und dich annimmt. Du brauchst nichts zu tun, um von Gott angenommen zu werden, wenn Jesus deine Gerechtigkeit ist. Gnade regiert durch Gerechtigkeit. Es sei denn, dass du glaubst, gerecht zu sein, wirst du auf deine eigene Fähigkeiten beschränkt bleiben. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 5, Vers 21 Wenn du glaubst, dass du gerecht bist, wird, nachdem du in deinem Herzen entschieden hast, was du im Leben haben möchtest, die Fähigkeit Gottes zu wirken beginnen. Der wirksamste Weg, den ich kenne, um dein Herz bezüglich sündhafter Überzeugungen und sündhaften Verhaltens zu beeinflussen, ist der, dir all das einmal selbst ganz klar zu machen. Jeder Schmerz in deinem heutigen Leben ist das Ergebnis von etwas, was du glaubst oder tust. Da wir gerecht sind, gehen wir eine Veränderung nie aus der Sicht von richtig oder falsch an. Entscheidungen auf der Basis dessen zu fällen, was richtig oder falsch ist, kann dich täuschen und in Zerstörung hineinführen. Paulus sagt in 1. Korinther 6, Vers 12 Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles nützt mir. Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht über mich haben. Das Wort nützlich bedeutet gewinnbringend, passend, hilfreich und wohltuend. Wenn wir vom Gesetz frei sind, dann sind wir gerecht. Wir fällen keine Entscheidungen, gegründet auf der Überlegung, was uns gemäss des Gesetzes gerecht machen würde. Wir sind durch Jesus gerecht. Wenn ich erkenne, dass die Sünde es ist, die Schmerz in mein Leben bringt. Wenn ich erfasse, dass die Wahrheit die Quelle aller Erfüllung und Freude ist. Wenn ich einsehe, dass es in meiner Macht steht, die guten Dinge Gottes durch meine Entscheidungen zu erfahren. dann werde ich meine Entscheidungen auf einer gänzlich anderen Basis von Beweggründen treffen. Ich erkenne, dass das, was ich wähle, zu glauben und zu tun, meine Freude und mein Vergnügen in diesem Leben beeinflusst. Ich werde mich dann für die Wahrheit entscheiden. Mach eine Liste von jedem Schmerz in deinem Leben. Bringe ihn dann mit der Überzeugung oder dem Verhalten, das diesen Schmerz hervorbringt, in Verbindung. Tu alles, was du kannst, um den Schmerz zu sehen und wahrzunehmen und die Überzeugung oder das Verhalten zu erkennen, das diesen Schmerz verursacht. Liste dann alle Vergnügen auf, die durch einen Wandel in Wahrheit erlangt werden könnten. Ich habe Menschen gesehen, die nach nur einer Sitzung von allen lebensbeherrschenden Problemen befreit vom Beratungstisch aufstanden, indem sie diese einfache Handlungsweise anwandten. Sobald du die Quelle deiner Schmerzen so siehst, wie sie wirklich ist und die Quelle aller möglichen Freude, die der gelebten Wahrheit entspringt, dann wirst du in deinem Herzen eine absolute Entscheidung fällen. Wenn diese Entscheidung getroffen ist, wird die Gnade, Fähigkeit Gottes, aus deinem Herzen freifliessen und dich dazu befähigen, das zu verwirklichen, wofür du dich entschieden hast. Du bist vielleicht nur zehn Minuten davon entfernt, deinem Leben eine Wendung zu geben. Hör mit dem auf, was du gerade tust. Leg dieses Buch weg und schreib deine Listen. Die Änderung, die du so sehr begehrst, ist näher, als du denkst. Du musst deine vorhergegangenen Bemühungen, deine Misserfolge oder deine Fähigkeiten nicht in Betracht ziehen. Diese Veränderung gleicht der grössten Veränderung, die jemals in dein Leben kam und wird durch das Glauben der Wahrheit und das Erfahren der Kraft Gottes stattfinden. werden. Musik Untertitelung des ZDF, 2020